Bis wir wieder in New York sind, ist tiefster Winter. Und da habe ich mir überlegt, warum diese Eile? Vielleicht könnten wir unterwegs noch ein paar nette Zwischenstops einlegen. Paris vielleicht! Du kannst Gedanken lesen! Was meinst du von Spanien? Ja, zum Stierkampf! Wie wäre es mit den Fidschis? Oder Kanada, das Land der billigen Medikamente. Wisst ihr, ich hätte auch nichts dagegen, hier mal wieder vorbeizuschauen. Ja, das wäre nicht schlecht. Skipper? Vielleicht sollten wir Ihnen sagen, dass der Kahn kein Sprit mehr hat. Nö, stur lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken.